Es kann schon sein, dass es Tage geben wird, das habe ich auch zu Ursula gesagt, dass ich vielleicht am Boden knie und dass mir alles wehtut und dass es furchtbar sein wird und dass ich sage, bitte lass das vergehen oder lass mich sterben oder ich weiß nicht, wo es alles. Nur freiwillig hinzugehen und sagen, ich habe das gekriegt, die haben zu mir gesagt, du hast das, unsere Statistik schaut so aus, die glaube ich nicht. Die Statistik habe ich nicht gefälscht, also folglich glaube ich nicht. Wenn dich dieses Video inspiriert hat, dann hinterlasse uns einen Daumen hoch. Hast du Fragen an uns oder den heutigen Interviewgast, schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Interviews mit hochkarätigen Gästen. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Lass dich inspirieren.